Jo Freunde, die neuen Superman Aufträge sind jetzt online und wir können Superman dann auch freischalten. Und die ersten Aufträge sind hier Schließeaufträge von Clark Kent, gepanzerter Batman oder Beast Boy ab. Hier müssen wir einen Auftrag von den abschließen, um das Emoticon zu bekommen, drei Aufträge, um das Spray zu bekommen und insgesamt fünf Aufträge, um Clark Kent zu bekommen. Und Clark Kent brauchen wir, um die Aufgabe zu machen mit der Telefonzelle und die Aufgabe mit den Ringen. So, wir sehen natürlich, Beast Boy kriegen wir dort bei Weeping Woods. Ich kann es nochmal ein bisschen in groß machen. Weeping Woods ist dann einfach auf der Brücke hier, beziehungsweise Beast Boy bei Weeping Woods hier auf der Brücke. Dann haben wir Clark Kent hier oben bei dem Obstgarten, bei dem Haus. Und dann haben wir noch Batman bei Dirty Dogs und zwar hier. Das einzige Problem, was wir aktuell haben, die sind aktuell noch nicht auf der Map verfügbar. Also Fortnite hat irgendwie verpennt, die reinzubringen. Die Charaktere gibt es noch gar nicht. Und ja, das ist auf jeden Fall, dass ihr erstmal da Bescheid wisst. Das dauert noch, bis die reinkommen. Was wir aber trotzdem machen können, wir können die Aufträge abschließen, indem wir einfach von den Aufträgen bei diesen kleinen Telefonzellen annehmen. Und das zeige ich euch mal kurz, wie das Ganze funktioniert. So, ich bin jetzt im Spiel. Ihr könnt natürlich auch einfach warten. Ich weiß nicht, es dauert wahrscheinlich ein paar Stunden oder vielleicht ist auch ein paar Minuten schon online, das Ganze hier mit den Charakteren. Aber falls es nicht klappt, sucht euch einfach die Telefonzellen. Ihr könnt es einfach überall machen, wo Zellen sind. Hier zum Beispiel bei Pleasant Park ist immer eine, wo ich gerne hingehe, hier oben links. Ansonsten auch hier, wo ich gerade hingehe, bei Hydro 16 und zwar genau hier auf der Map. Und da fliege ich mal kurz hin. Ihr müsst aber auch ein bisschen Glück haben, denn nicht immer sind die Aufträge von den drei, also von Clark Kent, von den Batman und Beast Boy wirklich da. Ihr müsst ein bisschen Glück haben, dass auch wirklich ein Auftrag von denen angezeigt wird. So, wir gucken mal kurz, ob das Ganze hier funktioniert. Was ist der für ein Typ da überhaupt? Okay, da gehen wir jetzt mal kurz nicht hin. Also einfach hier so ein Münztelefon nutzen und dann seht ihr hier einmal Auftrag von ihm und dann Bauer. Und jetzt zum Beispiel ist kein Auftrag dabei hier, den ich nutzen kann. Deswegen habe ich in dem Fall Pech gehabt. Muss ich also nochmal probieren oder zu einem anderen Telefon fliegen. Und das mache ich nochmal kurz, damit ihr das auch nochmal seht. Und das nächste Münztelefon finden wir direkt hier bei Misty Meadows. Deswegen habe ich mir mal kurz ein Auto von dort geschnappt und bin kurz hier nach Misty Meadows. Und hier steht übrigens auch einer. So, das ist auch einfach hier vorne, deswegen fahre ich mal kurz hier hin. Dann gucke ich mal, was da rauskommt. Zack, Münztelefon wird schon angezeigt. Und wir gehen einfach mal kurz hin. Mal gucken, ob wir Glück haben. Wir gehen kurz ran. Hier haben wir schon Besiege Aliens. Das ist Batman und das kann ich annehmen. Ansonsten haben wir noch einer dazu. Und Beast Boy auch. Nimm Schaden durch einen Spieler und überlebe. Das nehme ich mal kurz an. Also von ihm müsste ich jetzt quasi Schaden nehmen. Er müsste mich einfach mal anschießen. Okay, das reicht. Ja, das habe ich jetzt zum Beispiel nicht geschafft, weil ich hätte überleben müssen. Also so funktioniert das Ganze. Und einfach da dran gehen. Dann kriegt ihr auch die Aufgaben fertig. Oder könnt ihr die machen. Und dass ihr auf jeden Fall Bescheid wisst, solange das hier noch verbuggt ist. Und normal im Spiel nicht. Bei den Orten, wo die eigentlich sein sollten, funktioniert. Und anscheinend müsst ihr das Ganze auch wirklich im gleichen Match machen. Also ich sehe es hier nirgendwo, dass es hier geblieben ist. Und nur, dass ihr da auch nochmal Bescheid wisst. Und das erstmal zu diesem Video. Wisst ihr Bescheid. Hoffentlich habe ich euch geholfen damit. Falls ja, gerne ein Like da lassen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Haut rein und ciao.